Hallöchen, ihr seht hier was auf dem Tisch. Das ist ein, ja, LCD-Fernseher. Den hab ich bekommen aus einer Lieferung bei eBay Kleinanzeigen. Ich hab mir bei eBay Kleinanzeigen eine Kiste Kabel gekauft. Äh, ich weiß nicht wie viel, also in Kilo geschätzte 20 bis 30 Kilogramm an Kabel. Da drunter sind dann, äh, solche Kabel hier, Klinke, Klinke und Shinch-Kabel, ähm, Stereo, also Audio-Kabel. Hier, ähm, ich sag schnell, äh, so mit anderer Seite Shinch-Stecker. Oder Shinch-Stecker, Shinch-Stecker oder eben solche Verlängerungen mit diesen, eventuell auch solche Kabel mit bei, aber andersrum hier mit Shinch-Stecker und so weiter. Ja, und da waren die mit bei. Ich sag die, weil es sind zwei. Einen hat mein Freund, der ist ein bisschen kleiner. Das ist hier fürs Auto so ein, ja, äh, Dings, Monitor-Dings. Hier ist ein, äh, PS2, wie auch immer Kabel dran, äh, es ist ein Fernseher, sagen wir es mal so. Ich hab auch schon mal Strom hier, der ist auch gebraucht, es war dabei, äh, ich, es war auf dem Video von eBay nicht zu sehen, dass die bei sind, als ich die Kiste aufgemacht hab, ja, jetzt könnt ihr mich da spiegeln sehen, ähm, waren die da drinne und ich hatte ein, äh, geil. Dann kann ich hier einschalten an der Seite, der hat hier ein, hat hier Eingänge. Antenne eher Auto-On-Off, ja, und hier steht, ähm, unten AV und Power, mehr steht hier nicht, unten Antenne. Ist aber gebraucht, es hat ein bisschen Probleme. Das ist jetzt so, da ist jetzt AV2, AV3 und hier ist dann TV, dann kann ich auch die Kanäle durchgehen. Ach ne, geht nicht. Analog-TV gibt's ja nicht mehr. Aber was ich brauch, ist AV. Warum brauch ich AV? Das werde ich euch nachher gleich im nächsten Video zeigen. Aber das Ding hab ich dazu gekriegt, das ist gar nicht mal so verkehrt, es ist nicht überragend toll. Ähm, ich geh nochmal auf, na, AV3, ähm, ist hier auch, äh, anscheinend Fernseh, da rausstößt. Funktion ist dann hier Brightness, Kontrast, Position, Auto, Manuell, Find, Store, Skip, äh, VHF, äh, L, äh, so, kann man gucken. Ähm, manuell. Ähm, das ist ein bisschen kompliziert. Es gibt auch eine Fernbedienung dazu, aber da hab ich jetzt keine Batterie für. Ähm, nee. Nochmal. Ähm, Funktion, Blue Screen, Language. Bin ich jetzt auf AV? Ich glaub, ich bin auf AV drin. Ja, ich bin auf AV drin. Ähm, kann NTSC, kann PAL. Ähm. Da sucht er rückwärts, ähm, UHF. Ist das, ja, UHF. Hat ja auch eine Antenne hinten dran, aber analog, äh, geht ja nicht. Ähm. Ähm. Ah, mach, brech ab, mach aus, so. Ähm, da hab ich gedacht, das ist ganz gut. Allein die Größe 7 Zoll. Und, das wollte ich euch nur mal zeigen, dass ich da was gekriegt hab. Ich will da nicht großartig drauf eingehen. 12 Volt Input und dann hier, äh, AV Input. Zu dem AV Input gab's auch ein Kabel. Ich mach das mal ab. Das kommt nämlich jetzt im nächsten Video. Da gibt's, ähm, äh, die Buchse. Ein Stromanschluss. Ein rechter Audio. Ein linker Audio. Und ein Komposit In. Für AV. Das ist recht lang. Ich glaub, 2,5 Meter. 3 Meter. 4 Meter. Ich weiß nicht, wie lang das jetzt genau ist. Da kommt noch was zu. Und werde das euch im nächsten Video dazu denn sagen, wofür ich das Ding eigentlich haben will. So. Also, dann, ähm, danke fürs Zugucken. Und bis zu dem hier drauf folgenden Video. Tschüssi. 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 Tschüssi.